Es gefällt mir sehr gut, danke. Wir haben schon gut gearbeitet und ich hoffe, das ist spielen, spielen und kochen zusammen. Ich habe eine gute Zeit hier. Wir haben eine gute Zeit, auf dem Koton-de-Veaux, auf dem Sommet des Diablerets, wo Guy und Romain, jetzt, machen Sie auf ein Knochen, das kommt aus dem Koton-de-Veaux, das Böeuf, das kommt aus dem Koton-de-Veaux und das Lägen, das kommt aus dem Koton-de-Veaux. Wir haben eine wirkliche Tradition von Böeuf. Ich liebe meinen Produkten hier in den Alpen, mit den Produkten natürlichen, in eine Atmosphäre, die nicht mehr Swiss als hier ist. Ich liebe es. Ich bin ein sehr glückliches Mann. Und ich liebe die Leute, die hier sind, die auch unseren Appareil haben. Es ist ein sehr schönes Moment.